Hallo! Pocket für Sie! Was ist? Bäääääh! Raus! Der Himmel ist blau Und der Rest deines Lebens liegt vor dir Vielleicht wäre es schlau Dich ein letztes Mal umzusehen Hi Leute, da sind wir wieder Ich bin immer noch in meiner Höhle Der Stoney, der... Ist in meinem... Ist in seinem Haus Ah, ihr habt es gehört Er latscht wieder in seinem Haus rum Sollt er doch tun Ich bin immer noch fleißig am abbauen Was hoffe ich hier zu finden Das fand ich selbst nicht so genau Ich hoffe so ein bisschen alle Hauptsache Eisen und so ein Scheiß Wie, ist das mit dir? Ja, hätte ich tiefe Bullen müssen Aber ich habe sogar eine Karte dabei Der Wünsche weiß, wie tief ich noch muss Karte, Karte? Habe ich leider keiner Ja, ich auch nicht Muss nur mal... Geh mal an deinem Computer Bestell mal zwei Karten Oder guck mal auf den Crafting Table Wie viel man dafür braucht Ähm... Da braucht man Kompost und Papier Und für den Kompost braucht man ein Redstone Hast du ein Eisen? Dann kann ich dir... Kann ich dir eine Karte craften Ähm... Ich habe... Guck mal auf meine Karte Auf neun Dings, wo ich dir das Eisen habe Guck mal da Ja... Ja... Weil ich habe drei... Und ich habe vier Redstone So... Hätte ich noch fünf... Oder... Hätte ich fünf mehr? Könnte ich uns beiden... Ne Karte machen? Hätte ich... Ich habe sechs Eisen Okay... Ja, mach das später Muss jetzt nicht sofort sein, ja? Okay... Aber ich... Aber ich... Muss ich auch nicht bestellen, ne? Nein, weiß man nicht Wenn du sagst, es funktioniert... Ich habe ne Idee... Ich braue ein bisschen... Was brauchst du denn dir? Tränke... Braue ich... Obwohl ich... Obwohl doch... Es gibt in den Kisten welche Sachen... Also nehme ich mehr... Ja komm, ich kriege mal kurz eins... Ich möchte die Karte haben... Ich möchte denn... 1... 2... 3... 1... 1... 2... 4... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 5... 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 die Dorf Töpel ist sehr hochgezogen ja ich mache schon Mann 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 ich sehe auf der Rückseite kommen kann ich direkt mal gucken ob meine Kürbis und meine Melonas schon so weit Melona du musst gleich klingeln oder nein ich muss gar nicht bis auf irgendwann sterben ja und hier bin ich halt auf das gestorben und mir die Sachen geben du musst du klingeln und eine eine oder fünfe Eisen gebe fünf brauchst du sicher fünf brauch ich wenn ja wenn ich auch noch eine Karte möchte und das möchte ich ja das ich habe ja vier Redstone die wir bekommen haben ja komm lass mal im Schlafen gehen oder wird es wieder hell es ist gerade hell ach so cool ach so ja ich wollte den Stony noch ein Shake mitbringen Stony noch die Augen zu okay okay ich finde nicht ich drücke irgendwas was drücke ich gerade so du kannst wieder so wo ist denn dein Briefkasten mein Briefkasten ist irgendwie weg hast du keinen? ich hatte einen aber der ist weg also erstmal hier hast du 1,2,3,4,5 ja und dann das wollte ich dich so wollte ich hier für dich für dein Haus rüstungsstände rüstungsstände joey aber komm her ich bin nicht so bin ich hab mal wort für dich rüstungsstände ich bin ja nicht so rüstungsstände So Leute, ich erinnere noch mal dran, bis Folge 30 nehme ich Vorschläge an für meine Wölfe, wie die heißen sollen. Wie ihr seht, sind die immer noch ohne Namen. Das ist kein Problem. Melonen habe ich hier im März genug. Andesit, Granit, Pflastersteine. Hey, hier, Handwerker. Kannst du was mit Andesit und Diorit anfangen? Ich glaube schon. Ja, sag Bescheid, wenn du es brauchst. Ich habe da noch einen Gedankengang für dich. Auch. Aber warte mal. Ich meine, man kann daraus einen Block machen. Ja, ich hätte da echt einen Gedankengang. Komm mal mit. Guck mal, ich bin anders angezogen. Komplett die, äh... Aber ich habe einen Rüstungsbalken mehr. Aha. Ich habe da so einen Gedanken, aber guck mal hier. Ich bin ja der Bürgermeister und ich habe immer gewisse Rechte. Ich würde dir dieses Haus, wenn du dir das selbst umbaust, als deine Firma überlassen. Okay. Als Handwerker. Ja, dann musst du dir aber da, vor die Tür, noch ein Schild machen. Das darfst du schön selbst. Du bist der Handwerker. Ja. Und, äh, wenn du willst, gehe ich jetzt auch noch Holzfarmen dafür. Damit du ein paar Truhen zum Lagern kriegst. Ja. Tellst du davon. Hm. Ist okay, ja. Okay. Oh, guck mal was dir auffällt an meinen Rüstungsständer. Aber wieso brauchst du einen Rüstungsständer in den Handwerksladen? Hahaha. Okay. Deswegen muss ich nichts. Tellst du von den Gedanken. Ist eigentlich gut. Ja, dann mach du dir mal ein Schild für dich dahin. Ich besuche dir mal Holz für deine, für Truhen, ja. Auch wenn ich auch Holz für Schilder brauche. Hast du kein Holz mehr dafür? Äh. Ich hab nur eine Truhe. So, nur brauchst du das aus dem Haus ab, lass mir jetzt wieder Holz. Wo? Guck doch mal an dein Haus, was du dir jetzt Dings gegeben hast. Gibt's da ja Dings für. Guck mal, ich hab mal voll frei geschaltet. Echt? Erstmal. Weil ich gerade das gemacht habe. Weil ich gerade das gemacht habe. Dann cool. Guck mal was zum Ständer. Da. Ich steh' ein bisschen Holz. Ach, der Messenbind hat ist so voll. Wieso? Meinst du das leer? Guck. Mit mir einem Herz aus dir. Mann! Bei einem Herz aus dir. Guck. 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 So. Wo, 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 wo? Hat's schon gesessen in dein Dings? Dein Haus? Also, ich weiß es noch. Ach, hast du richtig dunkelacht. Guck mal, ich muss erzählen. Oh, ich muss mal erst mal kurz. Wo bist denn du gerade? In deinem Haus oder in deinem Handwerkerhaus? In meinem Haus. Oh, ha, okay. Sorry. Hallo. Paket für sie. Was ist? ja es kommt aus dem Kopf raus viel Spaß damit so wie soll ich roter Teppich ich hab den Boden soll ich gucken warte nein nein musst du nicht musst du nicht m du sollst nicht gucken Bücher egal die Bücher hast du für mich aufgesammelt hast du gesagt ja die Bücher die ich aufgesammelt gut da gehen wir an die Feder wie viele Bücher hast du denn ich habe ich habe äh eh meine ganzen Bücher sind weg ach die habe ich ja warte 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 aber ich brauche pro Regal 3 Bücher ja ich weiß ich weiß was ist das wie ist das hopp so boah ich habe hier schon genug Melonen hier äh ich hätte so gerne ein einzigen Dia ein Dia wofür guck doch ja du bekommst ein Dia für die Bücher ok du bekommst ein Dia wo sind die Schäuze hier hast du die Bücher gefunden nö ja die auch nicht nein 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 nicht die Bücher ich meine eine Karte habe ich nicht gefunden ich bin ich bin aber ich bin hier der das ist ich versuche es in Notfall bestelle ich einfach ne ein Kompass musst du dazu wo ist der Kompass? da er hat es rausgefunden weee so wer nehme ich denn mit? hier die Lady nehme ich mit beim Kompass hier gibt es noch eine für dich und noch eine Karte für dich wenn du nimmst, darfst du schneller vermehren ich brauche jetzt zwei Karten die bei mir anfangen warte ich warten Sie bitte kurz vielen Dank für Ihr Verständnis das würde ich nicht so sagen äh wo ist die Fakette? da 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 ich habe sieben Bücher daraus kannst du dir zwei Bücherregale machen so viel wie ich auch bekommen habe so ich habe zwei Sachen für Sie das hier das ist für dich ja das ist für dich thank you ja man für dich ja ich brauche schon mal die Bücher 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 da Bücher Bücher auch noch für Sie ja ich habe sie in die Bücher ja ich habe sie in die Bücher geklaut ja ich habe sie in die Bücher geklaut das war's für diese Folge und ich mache eine Jubbocker ja warte hör dir die Mucke an schlafen ich wollte dass du dir die Mucke angehörst hör dir die Mucke an ja ist gut kannst du dir mal hinlegen kannst du mal schlafen so das war's für heute bis zum nächsten Mal ein Like und Kombi wäre richtig toll bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao